Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Ja, ihr habt euch Altcoins gewünscht. Bei mir in der kostenlosen Telegram Talk und Signal Gruppe habe ich eine Umfrage gemacht und da war auch Solidus AI Tech genannt worden. Deswegen schauen wir uns jetzt diesen Altcoin mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier einen Altcoin mit 112 Millionen Market Cap. Wir haben eine Maximum Supply von 2 Billionen, die auch mittlerweile schon fast ausgeschöpft ist. Also gute Voraussetzungen für einen Coin im möglichen Bullrun. Deswegen schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an heute im Chart. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Und wenn ihr noch nicht BingX abgecheckt habt, das ist meine Partner Exchange. Dort könnt ihr auch Solidus AI Tech kaufen. Also sehr, sehr geil. Und auch natürlich, ja, traden etc. pp. Also checkt den Link unten in der Videobeschreibung ab. Jetzt gehen wir aber direkt in den Chart. Momentan traden wir bei 10 US Dollar Cent. Und man muss hier sagen, der AI-Hype ist hier deutlich ersichtlich. Wir sehen das, der hat hier begonnen Anfang des Jahres 2024 und wir hatten dann einen enormen Bullrun. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel mit AI erst einmal zu tun gehabt. Wir hatten hier einen Pump von 3600% knapp. Ob das möglich ist, schauen wir uns das auf jeden Fall an. Momentan hatten wir natürlich jetzt oder die letzten Monate einen heftigen Abverkauf in der Spitze von 87%. Also auch die AI-Coins sind ordentlich unter die Räder gekommen. Wir hatten jetzt zuletzt hier eine größere Seitwärtsbewegung, die auch natürlich unter das Golden Pocket gefallen ist. Natürlich bei 87% Dump von unserem Hoch bei 52 US Dollar Cent ist das nicht wirklich verwerflich. Deswegen muss man hier immer auch ein bisschen aufpassen, wenn man hier mit Fibonacci arbeitet, vor allem bei so neueren Coins und vor allem bei so Hype-Coins, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich lasse es jetzt trotzdem drittmal für die langfristige Analyse trotzdem vorsichtig agieren. Ansonsten haben wir hier unten noch einen ordentlichen Wig hinterlassen bei 6 US Dollar Cent. Das wäre auch so für mich die erste Kaufzone noch einmal. Ich bin hier mittlerweile investiert, habe auch hier ein bisschen nachgelegt, aber hier etwas höher. Trotzdem diese Zone hier unten, ich sage jetzt mal ab 7 US Dollar Cent bis 6 US Dollar Cent sollte die erste Kaufzone sein. Wir haben dann nach unten hin noch eine interessante Zone, die würde dann bei knapp 3 US Dollar Cent liegen. Das ist diese Ineffizienz, die wir unten auch noch gebildet haben. Also auch hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber hier ordentlich Unterstützung momentan. Das heißt, das sind unsere zwei Kaufzonen für einen möglichen Rücksetzer, den wir noch erwarten könnten. Wenn ich davon ausgehe, dass Bitcoin auf jeden Fall noch Richtung 48.000 US Dollar geht, wäre das eine Möglichkeit. Man muss hier sagen, wie gesagt, die Supply ist schon fast ausgeschöpft. Wir haben 112 Millionen Market Cap, es ist kein Low Cap mehr. Trotzdem ein Low AI Coin, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit Potenzial. Man muss jetzt natürlich damit rechnen, wenn ihr jetzt schon einsteigen wollen würdet, was vielleicht auch teilweise nicht verkehrt ist bei den jetzigen Kursen, müsst ihr auf jeden Fall nochmal einen, ich sage jetzt mal 30% bis 50% und im Worst Case sogar 70% Dump aushalten. Aber um in den Markt überhaupt reinzukommen, sind so kleine Einstiege von 25% von eurem Kapital, was ihr in diesen Coin reinstecken wollt, gar nicht so verkehrt und dann unten halt nochmal ein bisschen tiefer. Was ist wichtig für die nächsten Wochen und Monate? Ihr seht hier, ich habe eine blaue Linie eingezeichnet bei 13 US Dollar Cent. Das ist unser letztes Hoch. Sollten wir hier darüber kommen, beziehungsweise auch ein Close darüber, Wochen Close, Daily Close darüber schaffen und dann nochmal eine Bestätigung, dann sollte der Downtrend erstmal gebrochen sein und wir können in Richtung All-Time-High erst einmal ziehen. All-Time-High trotzdem vorsichtig sein, man weiß nie, ob nochmal das alte All-Time-High erreicht wird, ist aber gut möglich. Die Seitwärtsphase hier unten kann man, wie gesagt, zum Akkumulieren nutzen, erinnert mich so ein bisschen an Chainlink, damals ewig lange Seitwärtsphase, bevor wir dann wirklich mal dieses Breakout hatten. Trotzdem, erste Profite, ich mache mal das übergeordnete Golden Pocket weg und wir ziehen uns das Kleine von unserem Hoch zum unserem jetzigen Tief, würde ich erste Profite nehmen und es passt auch ganz gut bei 33 US Dollar Cent, würde ganz gut zu unserer Strategie passen, nach 100% den Einsatz raus und dann weiterlaufen lassen. Was für den Bullrun möglich ist, schwierig zu sagen, wie gesagt, ich bin da immer etwas konservativ. Ich würde jetzt erstmal behaupten, die 0,76 des 1,618 wäre so eine kleine Anlaufstelle für einen potenziellen Bullrun, wenn wir jetzt von diesem FIP-Level ausgehen, wenn wir aber von dem übergeordneten ausgehen, das heißt, von unserem Dump, wenn wir uns das mal ganz kurz hier nochmal angucken, von unserem Dump zu unserem Top, dann ist es ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, ich würde aber davon ausgehen, die 0,76 sollte erst einmal so ein kleines Maximum sein für uns und dann sehen wir weiter. Jetzt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, seid ihr investiert, würdet ihr gerne investieren, schreibt es unten gerne rein. Wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, gerne Bingings abchecken und dann hören wir uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.